Hi! Besauberte junge Damen, die alle drei beim NRW-Titel für Sie verboten durften. Jetzt geht es hier um den Gesamtslied. Eine Viertel drinnen nach rechts zur Seiten am Tisch. Viertel drinnen nach rechts. Sehr schön! Einige Schritte Richtung Bühnenvorhang. Hoch, 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 hoch! Ja, schön! Dringend zur Seiten am Tisch. Bühnen leer, schön! Und bitte nach vorne drehen. Und wieder nach vorne gehen. Und bitte wieder nach vorne gehen. Dankeschön! Bleib noch einen Moment stehen, bitte! Keine Alp-Anscheidung. Ich bin ganz viel persönlicher gespannt hier, weil alle drei hier die Klassen doch unterschiedlich interpretieren. Ich bin sehr gespannt. Alles fertig da unten? Vielen Dank! Gibt's nochmal einen riesen Applaus für euch drei? Mit der Tränen? Genau! Und ein Viertel drinnen zur Seiten am Tisch. Und ein Viertel drinnen zur Seiten am Tisch. Und ein Viertel drinnen zur Rücken am Tisch. Super! Hier dreht! Es geht vor! Halte! Halte! Schön, ja! Eine Völklinge muss halten, nicht? Auf! Dein Freund, Halte! Was geht hier wieder nach vorne? Ja! Super, Mike! Mit der Knie ein bisschen mehr machen! Da ist noch mal los! Erstmal mit der Knie mehr machen! Sehr gelaufen! Ja! Bitte mit einer Völklinge zur Seitenansicht! Auf! Die Völklinge zur Rückenansicht! Die Völklinge zur Seite! Die Völklinge zur Seite! Die Völklinge ist der Rückenansicht! Ich weiß nicht, dass der Knie nicht das ist! Die Völklinge sind die Völklinge! Die Völklinge sind die Völklinge, die Völklinge, die Völklinge in die Völklinge. Soll ich mich wieder nach vorne bringen? Vögel drehen nach extra Seitenhandlicht Vögel drehen nach extra Seitenhandlicht Vögel drehen nach vorne Vögel drehen nach vorne Vögel drehen nach vorne Vögel drehen nach vorne Doppelbizzen Weiter Spannung Vögel drehen nach vorne Gl düster Seinlische Brustsposer Doppelbizzen So gut genannt, tschüss. Jawoll! Jawoll, richtig frei, jawoll! Das ist ein Rieses. Ja, gut. Und zum Abschluss Bauch und Beine. Dankeschön. Macht euch die Gelegenheit für einen Minuten freien Prost. Dankeschön, wir wechseln einmal durch. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Prost wieder. Gut, nach vorne. So, bitte. So, bitte. Danke, danke. Danke, danke. 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 Ich bin so gut gemacht, nicht. Ich bin so gut. So, bitte. Super! Super! Weiter! Viertelring zur Freitag. Und Viertelring zur Freitag. Geben wir noch einen Tipp? Schwer von der Seite, ne? Sehr gut, Micha! Na, geht im Ruspose! Meine Füße! Meine! Meine! Ja! Ein bisschen nach vorne kippen! Seid nicht im Ruspose! Komm, Daniel, das ist deine Pause! Retief! Arsch! Denk an den Arsch! Steig! Sehr gut! Bleib stehen, Bruder, gut! Doppel geht's jetzt zurück in Ansicht! Halt dich! Komm! Daniel, mach dich auf! Oh, Beuger! 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 Komm! Komm rein da, Digga! Gib Gas! Und Beuger! Mach dich auf! Beuger! Linker Beuger! Beuger, Digga! Das ist deine Pose! Schneller, Bruder! Komm rein da, Digga! Denk an den Bauch! Über den Bauch! Über den Bauch! Über den Bauch! Über den Bauch! Stark, Bro, let's go! Ruck in die Beine, Daniel! Ja, steht! Lass stehen! Ja! Ja! Super, Bro! Einmal los! Und los! Bau dich wieder auf! Aufbau! Schön, Bro! Einfach rübergehen, Bro! Aufbau! Und Daniel, stell dich wieder hin! Line up! Let's go! Ruck in die Beine! Steht! Doppel mit dem! Schneller rein! Steht! Beine, Beine! Steht! Latissimus, Bruder! Kipp nach vorne! Die Beine stehen! Seidische Brust, Bruder! Let's get it! Schön, Bruder! Steht! Let's get it! Come on! Beuger! Daniel, Beuger! Latissimus! Daniel, Beuger! 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 Seidische Tricksets! Das ist deine Bose! Komm! Das ist der Erbsen, der drin ist! Beine! Lucht raus! Bauch! 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 Stehen, Digga! Und nochmal den vergleichen, Bauch und Beine! Beine! Ja! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Steht nochmal in seiner Position! Na komm! Bauch! Steht auf! Wir kommen damit zum ersten Vergleich! Doppel-Vice! Kommt wir los! Latissimus-Pose! Seitliche Brust-Pose! Sattila! Töneon! Sattila! Sattila! Töneon! Sattila! Doppel-Vice! Zurück in Ansicht! Zum hopen! Der StichERS! Kolja Ali! Doppel-Vice! Der Vigil-Vice! Kupo! T CT! Mit zur Band! Und der Vergleich Bauch und Beine. Dankeschön, wir sehen den nächsten einmal gut. Doppelbüte. Nachige Musposer. Scheinliche Musposer. Doppelbüte. Doppelbüte zur Brückenansicht. Mein Bizeps. Mein Bizeps. Elbub nach vorne. Lattesimus. Arsch. Ausnotieren. Seitliche Bizeps. Haltesimus. 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 Und der Vergleich Bauch und Beine. Haltesimus. 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 Bopengest. Haltesimus. 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 Seitliche Trittes. Der vergleichbare Beine. Okay, wir machen Musik. Ein Rüttel, freies Posing unserer NRW-Landesmeister. 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 Ich liebe dich. Alsje Auch wenn ich so wie ein Mann home bin. Alsjeblage bleibt, wenn ich so wie eine Abde Goodness versorgen will. Alsjeblage werde ich aber immer auf. Vielen Dank.